Ich heisse Felix Gmür und stamme aus der Stadt Luzern. Dort bin ich aufgewachsen, dort ging ich zur Schule. Nachher war ich 13 Jahre im Ausland, in unseren Nachbarländern, Deutschland, Frankreich, Italien. Nachher hatte ich immer spannende Aufgaben als Priester in unserem Bistum. Ich war in Baselstadt, in den Pfarreien des Zugerberglandes. Ich war subregens im Priesterseminar in Luzern, Sekretär der Bischofskonferenz und schliesslich seit zwölfeinhalb Jahren Bischof von Basel. Dieses Bistum hat drei Patrone, zwei Männer und eine Frau. Die beiden Männer Urs und Fiktor waren Soldaten der Tebeischen Legion und hatten, wie man heute sagen würde, ein Loyalitätsproblem. Wem fühle ich mich tatsächlich zugehörig? Dem Kaiser? Dem Staat? Oder ist es der Glaube, der meine Existenz prägen soll? Sie haben sich für den Glauben entschieden und mussten dafür sterben. Die heilige Verena, die besonders in Zurzach verehrt wird, öffnet uns den Blick auf die orientalischen Kirchen. Denn die Koptinnen und Kopten verehren sie sehr. Fast 40 Prozent haben einen Migrationshintergrund. Das ist spannend in unserem Bistum, das sowieso schon vielfältig ist. Achteinhalb Kantone sind deutschsprachig, eineinhalb französischsprachig. Es gibt Gebiete, wo nicht so viele Katholikinnen und Katholiken wohnen, zum Beispiel im Berner Oberland oder im Emmental oder im Kanton Schaffhausen. Andere Gebiete sind traditionell den Stammlanden zugeordnet. Die Durchmischung aber hat auch in unserem Bistum weite Teile erreicht. Und so stehen wir vor der Herausforderung, wie die neue Welt und die neue Kirche in die Zukunft gehen kann. Die neue Kirche ist deswegen neu, weil alte Strukturen nicht mehr so tragen wie früher. Weil die Menschen ihren Glauben anders leben als früher. Weil jüngere Menschen andere Fragen haben als ältere. Ich freue mich, dass dieses Bistum so vielfältig ist und dass es immer wieder den Sprung in die Zukunft wagt. Manchmal gelingt er, manchmal weniger. Aber ich bin guter Dinge, guter Hoffnung, denn Christus ist in unserer Mitte. Ich freue mich, dass dieses Bistum so vielfältig ist.